Ja, weil ich das gerade abgehandelt habe. Hast du was gegen Zuckerrohr? Bist du rassistisch? Ja, 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 ja. Ich habe nichts gegen Zuckerrohr. Ja, da steht ein Enderman in unserem Feld. Ich will dem gar nicht begegnen. Wir haben jetzt so wützige, creepy Geräusche. Schade, die Pfeile sind weg. Okay, ich habe jetzt mal ein Steak Cookies noch gemacht. Jetzt haben wir schon über ein Steak Cookies. Wann welche Pfeile in mir gekommen bin? Nö. Äh, ich gehe jetzt mal hier gucken. Hier war doch irgendwann am Anfang ein bisschen Sand, ne? Äh, ich weiß, wo ganz viel Sand ist. Ja, hier am Anfang am Spumpunkt wurde auch auch Haufen Sand. Ja, das war einfach so ein Strand. Naja, reicht doch. Okay, dann gehe ich mit. Ach, du sprichst schon, ja, okay, dann sprich ich mit. Rät doch immer. Ich bin doch immer ungeduldig, kennst mich doch. Nein. Außerdem, wir haben noch eh genug Cookies. Ja, das ist ein bisschen Sand. Ja. Vielleicht jetzt nicht ganz übertreiben und hier komplette Löcher reinschauen. Alter, wieso dauert das so lange mit einer Steinschaufel? So lange? Das sind zwei... Also, ich schaue da drei oder viermal drauf. Leute, wieso dauert das bei dir so lang? Ich überhaupt? Vielleicht weil du nicht. Das ist doch keine Steinschaufel, das ist eine Steinhacke. Ach, das... Ist eine Hacke? Gut. Gut! Ja, in dem Tektorberg schau die Hacke und die Schaufel ziemlich gleich aus. Das hat mich auch erst verwirrt. Ja. Äh, Leute, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Es hat an der Tür geklingelt. Ich melde mich sofort zurück. Ja, so hier. Zurück nach dem Klingel-Aktions-Ding. Ich habe nur schnell, äh, Einkauf hochgetragen. Ja, und ich habe Sanddaten gebaut. Das ist ja eh sonst voll langweilig. Ja, und das ist schon mal gut. Wie viel Sand hast du jetzt? Ich habe 39. Ich habe insgesamt vier, äh, fünf Stacks. Okay. Nee, nee. Ja, das reicht auf jeden Fall so. Denk immer mal hier. Glas brennen. Also, willst du dir eigentlich, wenn wir das Haus angucken, was ich gerade gebaut habe? Nö. Nö. Ja, nee, nur wegen Fomen, so, was du dann dazu sagst. Das ist mir doch voll egal. Weißt du doch. Ist mir egal, bla bla bla. Ich werde dafür wegen der Nachts mal schlafen. Wieso, ist es denn schon wieder dunkel? Es wird gerade dunkel. Echt, müssen wir, dann müssen wir schlafen gehen, ja? Ist richtig. Okay. Wenn mit dem Cookie dann gehst du pönnen. Ja. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja. Das ist ja. Komm mal, komm mal mit. Ich will dir jetzt mal zeigen hier. Auch wenn du es sagst, nee, du willst nicht. Weißt du, wie er wieder vorne weg rast? Ja, weil ich schon weiß, wie es lang geht. Hast du schon erkundet, oder was? Nö. Das schaut doch echt geil aus. Ja. Ja. Und hier, guck er. Hier. 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 Oh, Junge. Hier ist der Eingang. Hier. Hier. Jetzt randert er zu den Kürbis. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Alter, aber wie böse du jetzt guckst. Ja, und hier habe ich so gedacht, dass man dann hier so eine Getreideform oder sowas hinbaut. Also, nimm mal deinen hässlichen Kampf weg. Okay, jetzt seh mal auf, da bist du auch Batman. Na, hier Leute, na? Ich bin Batman. Okay, ich laufe jetzt so rum. Oh, das ist Batman. Pfff. Okay. Das gehört sich nicht, mein Freund. Du bist der Rächer der Gerechtigkeit. Liga. Ich hab mal eingefahren. Na, nochmal. Man kann doch auch so machen. Da haben wir nämlich schon eine Checo-Laterne. Warte, warte, warte. Kannst du noch einen Kürbis abbauen? Ja, gleich, warte. ACHE. Schade, ich habe gedacht, das macht. Nee, da kommt maximal ein Hühnchen raus. Naja, ist ja leid. Ja, was auch wartest du? Ja, dass es so voll die mega üblen Effekte hat. Mh, nee. Ja, ich hab Kürbis. Ja, hast du noch eine Fackel mit? Dann tu mal eine Fackel in den Kürbis rein. Ich tue erstmal jetzt hier Dach draufbauen, ne? Also, ich tue jetzt noch nichts. Also, man kann zwar dann einen zweiten Stock und so drüber bauen. Boah, das ist Batman. Sieht geil aus, oder? Nein, nicht bis hoch. Dammel Batman. What the fuck? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Mir egal, das ist schon witzig. Okay. Okay, dann lassen wir's. Jetzt hab ich schon abgebrochen. Aha, kein Wunder. Boah, soll ich denn mit den anderen zwei Kürbislatern machen? Ja, setze wieder oben drauf, ist ja okay jetzt. Mir sag, es sieht witzig aus, dann lassen wir das. Hm, aber mehr auf mich als witzig. Naja, und Licht bringt's auch, also es ist von dem her auch effektiv. Willst du dann hier hinten so eine Art Eingang zu einer Mine? Ja, so hatte ich gedacht, ungefähr. Okay, dann falle ich erstmal hier diesen Krüppelbaum. Oh, das ist, ach doch, hier Baum. Ein Baum? Boah, was für ein Krüppel. Ein Baum? Ja. Ja, ist ja logisch, wenn du einen Baum fällst, dass du einen Baum bist, äh, getötet hast. Naja, halt ein Baumstab. Ja, das ging schon besser. Alter, ich bin so fehl und baue immer irgendwie einen Block runter oder so. Aber naja, kann man nix machen, steckt man nicht drinnen und, ja, ist halt so. Du, 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 man. Ich versuche auch, äh, immer so wenig wie möglich zu klicken, aber dann, wie ihr da seht, passiert mir dann immer so ein Fehl. Cool, Alter, ich hab's wohl, die X-Ray-Kräfte. Okay. Mal, mal, zwei, so, hier. Also hier, wo ich jetzt, äh, Holz wegschlage. Alter. Du hast schon wieder voll falsch gebaut. Ja, warte, dann müssen wir jetzt hier. Hast du, hier ist doch, hier ist doch, äh, Höhle. Ja, hast du eine Schaufel? Schaufel. Guck mal, oder tu mal hier, ähm, Dreck wegkloppen. Wieso? Ja, weil hier hab ich den Ausgang gebaut, in der Mitte vom Haus. Achso. Warte, dass man jetzt hier... Oh, dann lass, dann mach ich halt den Umgang hier wieder zu. Nee, 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 den kannst du offen lassen, den kannst du offen lassen. Ich baue jetzt hier mit, ähm, Holz. Alter, jetzt mach den wieder auf. Wieso denn? Ja, wenn deine Höhle ist, ist doch gut. Ja, da, wenn du nicht rein wurdest, ist es genauso eine Höhle. Trotzdem... Die hört ja nicht einfach auf. Wer weiß. Nach zehn Blöcken. Das ist ich sogar von hier auch. Haha. So, hier. Oh, fuck. Danke, ich höre wieder Höhlenerkunden, wenn ich zu dumm zum Bauen bin. Wieso bist du zu dumm zum Bauen, sagt doch keiner. Ja, wenn ich alles falsch baue. Nee. Du hast einfach nur... Mich falsch verstanden. Hier, guck mal. Da haben wir hier genau zum Eingang passen, hinten den Ausgang wieder. Ist geil. Ja, es ist, äh, richtig so. Ich baue Kohler. Ja, was denn, du wirst jetzt da hinten den Eingang lassen, oder willst du jetzt in dem Haus den Eingang bauen? Weil dann könnte man ja hier so eine Querverbindung hinbauen, weißt du, dass man dann... Das ist mir... Alter, die Höhle ist aber auch geil, weil hier überall, komm mal her, komm mal in die Höhle rein. Ja, warte mal. Haben wir jetzt bloß mal eine Markierung gemacht, so? Guck mal, das ist die Höhle geil, weil hier überall das Eingang Zeug weg ist. Ja. Das ist schon nicht schlecht, auch Kohler. Guck mal, bestimmt irgendwo im Dschungel raus. Ja, man ist unter dem Dschungel, denke ich mal. Ja, man kann... Ja, guck, hier, wenn man rauskommt, ist dieses... Ding, wo ich gemeint habe, das schaut so cool aus, wo man übelst geil was reinbauen könnte. Ja, siehste, das ist doch geil. Da haben wir gleich so eine Verbindung, der automatische. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ich baue gerade Kohler ab. Oh, da baue ich halt die auch schon ab. Du kannst aber hier gleich die Kohle abbauen, weil jetzt ist meine Spitzahl kaputt. Da hinten habe ich noch Kohle gehabt. So, ich guck da jetzt mal, was du meintest. Hm. Guck, das hier, hinter dir. Ja. Ne, stimmt, da kann man auch noch hier so ein bisschen was hinbauen. Ist ja ein bisschen geil aus. Und hier ist so ein... so ein Gang, der fühlt irgendwie... hier zu so einem verwinkelten Ausgang. Hä, was ist denn komisch? Und hier ist so ein Ocelon. Und so. Das waren nur irgendwelche Samen. Nö, ist ja mal nicht schlecht. Ja, hier kann man ja dann auch was bauen, da man jetzt hier automatischen Weg hat, ist ja optimal. Optimalisch. Optimalisch, ja. So. Ja, das ist ja richtig so. Und hier ist irgendwo ein Wüstenteil. Ja. Das finde ich auch übelst witzig hier unten. Ist halt nur geil, weißt du. Ich bin woanders und du redest ja schon wieder drüber. So, da muss man ein bisschen kackeln. Und wenn du immer woanders bin. Hallo Ocelon. Ja, weil ich erst mal meine eine Baustelle, die ich angerissen habe, fertig bauen will. Ja, dann red ich ja mal nix anderes mehr und gehe wieder in meine Höhle. Und es ist eingeschnappt. Bin ich nicht, gehe bloß gerne in Höhlen rein. Ja. Wieso habe ich gerade Sachen aufgerissen? Ach egal. Weil ich sie da hingeschmissen habe. Posten. Weil ich sie nicht brauche. Ja, ja. Jetzt hier wieder. Ausreden. Nee, ist keine Ausrede. Das ist eine Tatsache. Eine tatsächliche Tatsache. Eine tatsächliche Tatsache, ja. Oder eine wahrscheinliche, nicht vorkommende, heutzutage ziemlich seltene Tatsache. Nee, eine doch zutreffende Tatsache. Ja, jetzt habe ich dich verwirrt. Nee, ich bin gerade nur beschäftigt mit was anderem. So eine Eisenschaufel oder eine Eisenschaufel? Nein, ich will gar nicht wissen, was du für beschäftigt bist. Mit Bauen von Gegenständen. Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also ich weiß ja nicht, was du mal denkst, aber... Ja. Ja, 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 ja. Ja. Also ich muss echt sagen, die Eisenschaufel sieht genauso aus wie die andere komische Hacke da. Ja. Das ist ein bisschen echt fehl gemacht in dem Textrun-Pack, aber na ja. Ich bin ja mal gespannt, wie hier Glas aussieht. Okay, das ist natürlich jetzt richtig neus. Wie ganz normales Glas, würde ich sagen. Ja, nee, aber das verbindet sich komplett. Ja, ich... Ohne, es schimmert so. Also es spiegelt ein bisschen. Ja. Und ich setze schon wieder Glas-Doppelt-Fail ein. Ich höre Lava. Geil. Das Glas mag mir gefallen. Das ist ein sehr tolles Textrun-Pack, was du hier rausgesucht hast. Das muss ich schon sagen. Dankeschön. Ich weiß. Ich lobe dich dann auch. Ich habe auch lange gesucht. Ich weiß. Für fünf Minuten. Was? Was? Nee, so. Also, sagen wir, ich habe länger gebraucht, um zu checken, wie es rein to in Minecraft, also einfügen, als ich sie für die Suche gebraucht habe. Weil ich habe laufendes Textrun-Pack bloß geöffnet, anstatt zu speichern, dann hatte ich das irgendwie immer so offen da rumliegen und konnte das so nicht einfügen. Aber man hat es nirgends gespeichert, also bin ich am schlimmsten gegangen, dann war es weg, dann drückt ich es mir noch ein Tauschen aus. Da habe ich gerissen, bevor eine Freundin geholt. Oh Gott, wie kann ich gar nichts. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier schon weit genug reingegangen bin. Ansonsten, ja, ist es egal, denn man kann ja hier schön alles vergleißen. Na ja, so hier, Dreck braucht man und ich habe keinen Einstecken, ich bin so ein Held. Mal hier mal ein bisschen Terraforming machen. Gesundheit. Gesundheit. Ey, jo man, Gesundheit, habe ich gedacht. Ja, Gesundheitreform ist auch so ein Ding, na ja. So Themen anschneiden, die übelst krass trefftig sind hier, weißt du. Was? 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 Ich habe nichts gehört. Ach stimmt, du hast ja eh noch nie was von Gesundheitreform verstanden. Was? Ja, genau. Fuck, jetzt fehlt mir ein, ein, ein Dreck platzen. Ein ganzer? Na ja, jetzt. Oder nur ein halber? Na ja, wie sagst du immer so schön? Ein Wangler. Nee, ein Wängele. Ah, ein Wängler. Ja, wie sagst du immer so schön, ich 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 sagst